Doch mal wieder, gut. Ich muss mal Energy reintunen. Stopp. Langsam, langsam. Energy drink. So, jetzt geht's weiter. Wollen wir die Sirenen gleichzeitig an, oder? Nein, lass die mal aus. Da hinten kommt auch die Sirene. Das ist doch gleich die Quatsch hinter mir, der richtig verboten ist. Alter, Entra! Ah Mann, die doch sind direkt. Hä, was macht ihr denn? Quartkolon. Ja, die wollen ja nicht kommen. Wow! Äh, wir waren auch so, jetzt, was wir sind. Ahahahahaha Das ist fast, wir sind ja kurz mit Armand Patkeliff. Hatte ihr alle mit U-Gotto oder Rott? Ja! Und was ist das so? Ich fokke an mit einem heavy bruss. Ja, ich habe Rott der Färsform Addoctor. Schau auf meine Kommando! Hopp! 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 Warte mal, warte mal! Alle gleich zu dir ausmachen! Auf meinen Kommando! Was ausmachen? Sirene! Wow! Mama, ente! Helft mir! Ich helfe dir! Was ist denn mit ihm da hinten los? Ja, dann heil ich mich mal kurz. Hab selbst gerade richtig viel Schafe genommen. Der wird volles Gelände da oben. Alle wieder in reinen Glied hier, ordentlich, in einer Schlange. Warte, fällt mir rein! Ist das ein Anwärter? Das Auto war schuld, oder? War das Auto schuld? Weiß ich nicht. Auf meinen Korn und dann wieder die Sirene.